Schönen guten Tag zusammen, es war ja zu erwarten, also nach meiner Glückwünsche für Herrn Sesselmann, genau so heißt er und nicht Sonneberg, kamen natürlich direkt einige böse Nachrichten auf meinem Instagram und TikTok-Kanal. Ich solle mich doch schämen, dass ich als Schwarzer eine rechtsradikale rassistische Nazi-Partei gratuliere zum Landrat. Und ich wäre doch, oh mein Gott, die Dummheit der Menschen. Also ich habe das Wort lange nicht mehr gehört, ich wäre doch nur ein Quot-Meger. Und jetzt werden Sie sich die Frage stellen, warum ich mir kaputt lache. Ja, weil dieser Depp erst mal selber Migrant war, Ausländer, ja. Und er vergisst dabei, dass er selbst total die Quote der Arschlöscher erfüllt. Oh Mann, schönen Tag, ciao.